Hallo liebe Leute und herzlich willkommen wieder bei Nerdfamilie-Zien. Servus. Wir sitzen immer noch hier bei Philipp auf der Couch und es geht um das horte Thema Herzenssuffizienz. Und gleich zur Einleitung geht es jetzt mal richtig in die Praxis. Philipp, folgender Fall. 70-jährige Frau kommt, dicke Beine, schnauft richtig, ungefähr einen Blutdruck von 120 und ein richtiges Lungenideen. Du hörst es schon, wenn du bei der Tür bist. Du bist jetzt draußen als Notarzt. Was denkst du dann? Also, ich weiß worauf du hinaus willst und wenn ich so ein bisschen oldschool unterwegs wäre, würde ich mir denken, naja, zieh einmal 80 Furo auf. Oder 120. Oder 120 Furo, zieh einmal eine Menge Furo auf und spritze einmal 5 Morphin, dann wird das schon wieder. Oder? Kann man machen. Ob das jetzt so toll ist, ist die andere Frage. Wir haben ja im letzten Video schon ein bisschen darüber gesprochen, dass die Herzenssuffizienztherapie tatsächlich differenziert ist. Und dieses Standard, was man immer so kennt, ja, also bisschen Mo, bisschen Furo oder viel Mo, viel Furo oder wie auch immer, das ist oft nicht das Richtige. Man weiß tatsächlich auch, dass gerade diese undifferenzierte Furosemitgabe wahrscheinlich das Outcome verschlechtert. Da gibt es auch ein paar gute Artikel, zu denen wir nachher verlinken. Philipp, ich sage dir mal, was so die Basistherapie ist. Okay, und daran hangeln wir uns jetzt entlang und besprechen irgendwie so die Fälle. Was meinst du? Finde ich gut. Okay, also, die Standardtherapie, kann man sich gut merken, ist NIF und Nitro. Warum? Weil wir mit der NIF-Behandlung die Patienten respiratorisch unterstützen, aber gleichzeitig auch durch den Piep, und ihr erinnert uns an das NIF-Video, das ich gerade nochmal irgendwo in der Ecke verlinke, durch den Piep auch den intrathorakalen Druck erhöhen und damit vor allem der Stauung entgegenwirken. Also, das heißt, wir behandeln es symptomatisch, weil die Patienten mehr Sauerstoff kriegen, weniger Luftnot haben, gerade beim Lungenidem, und gleichzeitig auch behandeln wir die Ursache, also eigentlich eine super Sache. Nitro hilft auch, indem es eine Vasosilatation macht, also da hilft sowohl das sublinguale Nitro, als auch das, was wir bei Befusa geben. Und gerade bei normotensiven und hypertensiven Patienten, also die müssen jetzt nicht einen Druck von 200 haben, sondern auch jemand mit einem 120er-Druck profitiert davon, hilft die Vasosilatation. Das ist jetzt so die grobe Therapie, dass wir sie lagern, nicht flach hinlegen, logischerweise, dass wir die Patienten beruhigen, das ist, glaube ich, alles klar. Was machen wir beruhigen? Ja, okay. Aber das machen die anderen, ich schreibe das Protokoll. Das muss ich nochmal nachlesen. Okay. Aber das ist jetzt so die ganz schnelle, wenn ich um 4 Uhr in der Früh überhaupt keine Ahnung habe, aber es ist ja tatsächlich ein bisschen differenzierter, es gibt ja mehrere Ursachen. Genau, aber nochmal ganz kurz, und das ist nämlich ja wichtig. Ja. Herzensuffizienz, wenn ihr gefragt werdet, Herzensuffizienz, was ist die Therapie? Ist das nicht Furosemid und Morphin, sondern es ist? Nefronitro. Bam. So ist es nämlich. Okay. Entschuldigung. Das muss man ganz klar sagen. Das muss man ganz klar sagen. Ja, genau. Dieses Furosemid-Spritze ist einfach vielleicht nicht immer so toll. Okay. Wir erinnern uns an die Vier-Felder-Tafel, wieder eingeblendet, mit warm und, was ist das andere? Kalt? Warm und kalt und feucht und trocken. Das sind so die verschiedenen Kategorien und an denen passen wir auch unsere Therapie an. Das, was wir als erstes beschrieben haben, war jetzt die Patientin, die war warm und die war feucht. Das ist die häufigste Patientin oder die häufigsten Patienten. Das heißt, die sind gestaut, die haben dicke Beine, die brodeln in der Lunge, aber die sind jetzt noch nicht schockig, indem sie peripher kalt schweißig sind, dass sie jetzt keine Urinproduktion haben, dass sie eine Lacta-Acidose haben, Nierenversagen oder irgendwas anderes, was jetzt auf einen schweren Schock hindeutet. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir der mit der akuten Stauung helfen. Das Furosemid wirkt erstens viel, viel später, macht wahrscheinlich ziemlich viele Probleme im internen System übrigens. Und das kann man schon geben, aber das rettet überhaupt niemanden. Das ist so ein bisschen wie bei der Anaphyloxie der H1-Blocker. Also langfristig ja, wenn die Volumen überladen ist. Das können wir aber schwer herausfinden. Aber die Haupttherapie bei der Patienten ist eine nichtinvasive Beatmung. Das ist Nitro. Konkret mindestens zwei Hub, denke ich mal, wenn die jetzt keine Mega-Aorten-Stenose hat oder gerade aus irgendeinem Grundziel, den er viel eingenommen hat als Frau. Also Nitro, zwei Hub, bis drei Hub, kann man mal machen. Und dann sedieren. Naja, wenn sie es braucht. Meistens reicht es, finde ich, gefühlt auch aus, dass man die Patienten freundlich anspricht, denen nicht die NIF-Maske gleich draufklatscht. Bei der Sedierung gibt es unterschiedliche Philosophien. Die einen sagen eher Morphin, die anderen sagen eher Benzodiazepine. Da wird auch noch viel diskutiert und viel geforscht. Tendenzell, Philipp, was würden wir sagen? Eher Benzodiazepine. Eher Benzos. Wer bei Facebook die Diskussion mitverfolgt hat, ich habe einige Male schon über Opiate was gepostet, dass die vielleicht gar nicht so gut sind, wie man immer denkt. Aber das wollen wir jetzt nicht ins Detail reinmachen. Vor allem ist die Leitlinie da relativ klar noch Opiat-basiert. Vielleicht ändert sich das mal. Es ist wahrscheinlich beides in Ordnung. Aber wir wissen, dass vermutlich der Trend eher ein bisschen zu den Benzos geht. Und bei beiden muss man aufpassen, dass die Patienten trotzdem noch halbwegs schnaufen. Okay, das war jetzt warm-feucht. Der häufigste Fall. Man kann durchaus Furuse mitgeben, wenn man glaubt, dass die Patienten akut Volumen überladen sind. Häufig sind sie es nämlich nicht. Okay, zweiter Fall. Und dann geht es zu den spannenden Sachen. Und die habe ich mir für dich aufgehoben, Philipp. Warm und trocken. Die haben doch eigentlich nichts, oder? Also der ist doch warm, also nicht schockig. Und ist trocken. Na gut, aber wenn ich jetzt ein Echo mache, und dann stelle ich fest, oh, der pumpt nur noch mit einer EF von 30 Prozent, ist 40 Jahre alt und hat AP-Beschwerden. Hat der da nichts? Sag ich, gehen Sie nach Hause. Gehen Sie nach Hause, 20 Führer sind mit und Tschüss. Tatsächlich sind die warm- und trockenen Patienten selten akutmedizinisch sofort relevant, in dem Sinn, dass wir die notfallmäßig jetzt Herzinsuffizienz behandeln müssen. Aber wenn wir glauben, die Patienten haben eine akute Herzinsuffizienz, zum Beispiel im Rahmen von einem akuten Myokard-Infarkt, dann müssen wir die Ursache beheben. Also das ist jetzt nichts, wo man jetzt, den muss man nicht niffen, den muss man nicht Nitro und nicht Furo und irgendwas anderes geben. Aber das sind Patienten, wo wir schnell daran denken müssen, warum schlagt das Herz gerade so schlecht, wenn wir das über Braust finden. Dazu Echo oder zumindest orientierend. Wäre cool, wenn wir Ultraschall draußen mit haben, aber wer weiß, was sich da so entwickelt. Okay, Philipp, aber jetzt, wie gesagt, die schweren Fälle für dich. Was ist denn eigentlich mit den Patienten, die kalt sind und feucht sind? Das sind ja die, vor denen ich richtig Schiss habe. Genau, ich auch, weil das sind ja auch die Patienten, die ratzfatz in der Krube landen, wenn wir nicht richtig gut arbeiten. Das ist richtig, ja. Oder vielleicht trotzdem. Also kalt und feucht, ganz kurz überlegt. Das heißt, die haben eine venöse Rückstau und die sind auch noch peripher minderperfundiert. Das heißt, die sind im manifesten kardiogenen Schock, der sich im Vollbild präsentiert. Und dann sind wir natürlich bei den Power-Medikamenten. Also braucht der Patient eigentlich eine Katischlamin-Therapie. Und jetzt ist ganz klar, Herzinsuffizienz, das Herz pumpt schlecht, dann brauchen wir ein Katischlamin, was relativ spezifisch am Herzmuskel ansetzt. Und da gibt es vor allem das Dobutamin. Ist in vielen Rettungsdienstbereichen rausgeflogen mittlerweile. Wäre aber genau das Medikament, was am Herzmuskel ansetzt. Positiv inotrop wirkt, auch positiv chronotrop. Also die Patienten können auch eine Tarikadie bekommen. Achtung, es kann nämlich auch, oder Dobutamin macht auch eine periphere Vasodilatation. Das heißt, wenn der Patient jetzt einen ganz schlechten Druck hat und im Schockgeschehen drin ist, dann sind das häufig Patienten, die sowohl Dobutamin brauchen, um das Herz wieder ein bisschen anzutreiben, um die Ionotopie wieder, oder die restliche Herzleistung noch irgendwie zu aktivieren, dass das Herz weiter pumpt. Aber auch gleichzeitig die Peripherie bedenken und da vielleicht mit Noradrenalin beginnen. Jetzt gibt es das Ultra-Power-Medikament, das Adrenalin, was so ein bisschen beides macht, es hängt von der Dosierung ab. Auch das kann man dann in so Grenzsituationen benutzen. Eine Sache zum Adrenalin und zum Dobutamin gleich geltend ist, dass die beiden Medikamente ziemlich tarikat machen können, insbesondere dann, wenn der Patient einen Volumenmangel hat. Also wenn ich jetzt jemandem Dobutamin gebe, der eine Herzenssuffizienz hat, der aber vielleicht zusätzlich auch noch ein bisschen volumenbedürftig ist, dann sind das eher Patienten, die mal Tachyrythmien bekommen, die dann auch wieder natürlich nicht so gut sind. Also beides Medikamente, wo man echt sagen muss, richtig vorsichtig damit sein und erkennen, dass das Patienten sind, die extrem krank sind und die wirklich wie rohe Eier behandeln. Das heißt, da hilft uns, wenn wir ein Echo haben, da hilft uns eine arterielle Druckmessung. Das sind wirklich schwerstkranke Leute und das sind ja alles nur Überbrückungsmaßnahmen, um dort hinzukommen, dass man den therapiert. Wenn der jetzt einen Infarkt hat, dass man die Koronare wieder aufmacht oder irgendwas anderes, dem kann man nicht tagelang das geben. Es gibt noch andere Medikamente, zum Beispiel das Levosimentan und so weiter. Das sind dann aber wirklich schon eher kardiologisch-intensivmedizinische Medikamente. Das ist jetzt nichts, was man jetzt mal schnell draußen gibt. Tendenziell haben wir uns vorher darauf geeinigt, solche Patienten, da würden wir nicht draußen viel rumspielen, oder? Da würde man schauen, symptomatisch therapieren, wenn die Califlomine brauchen, kriegen sie es. Wenn sie, dann würde man halt im Notfall mit Noradrenalin beginnen und vielleicht eine Spur Adrenalin dazu in der Verzweiflung, wissen, dass die jederzeit stehen bleiben können. NIF-Therapie, dass man die respiratorisch zumindest stabilisiert, aber alter Schwede. Und wenn die Patienten respiratorisch insuffizient sind, aber nicht unbedingt eine Narkose brauchen, dann tut euch draußen den Gefallen und macht keine Narkose. Weil wenn man sich dann dann denkt, der ist auch schlecht, der hat auch ein bisschen einen Schock, und dann spritze ich dem einfach mal so ein bisschen meine Standard-Narkose nach Hausrezept, dann ist das ein Patient, der überlebt das nicht, weil der ist dann mit dem Druck auf der Stelle bei 0,0 und dann ist er reanimationspflichtig und den kriegt man äußerst schwierig wieder. Also das sind wirklich hohe Eier, wo man sich, da macht man Load and Go und macht so viel Therapie wie nötig, aber spielt da nicht groß rum und glaubt, man ist der große Held. Die Patienten, die brauchen eine kausale Therapie, die hat ein Krankenhaus nur auf dem Katheterplatz zum Beispiel. Was ist denn, Philipp, mit den Patienten, die sind nicht ganz so krank, zum Glück, die sind auch irgendwie herzinsuffizient, die sind kalt, also peripher kalt, von mir aus weiß man schon, dass die eine chronische Herzinsuffizienz haben, aber die sind noch trocken oder zumindest haben die keinen mega Lungen in dem. Also vielleicht knistern die ein bisschen beim Abrochen, aber die sind jetzt nicht feucht. Das heißt, die sind kalt, trocken. Was machen wir bei denen? Ja, das ist ganz gut für den Patienten, weil dann ist er nicht ganz so krank. Die Kateschlamin-Therapie bleibt eigentlich weiter bestehen, der hat ja einen Schock, hat ja Zeichen eines Schocks, aber wenn er nicht feucht ist, dann machen wir ihn doch feucht. Das heißt, das ist ein Patient, der von Volumengabe profitieren kann, denn eventuell braucht er einfach ein bisschen mehr Vorlast. Vorlast ist ja auch gut für die Herzleistung. Da gibt es ja den Frank-Starleneffekt. Das Herz braucht eine optimale Vorspannung, damit es auch richtig gut rauspumpen kann. Das heißt, denen kann man mal vorsichtig Volumen geben. So grob sagen wir manchmal in Kursen, 500 Milliliter haben noch keinem geschadet. Das stimmt nicht. Natürlich gibt es auch Leute, die davon nicht profitieren, aber dann kann man auf jeden Fall mal vorsichtig einen Volumenbolus geben, mal gucken, wie verändert sich das Ganze. Ja, klinische Überwachung, 250 bis 500 Milliliter steht auch so in den Leitlinien. Ich denke, das ist auch okay. Also davon werden die jetzt nicht zumindest dramatisch schlecht werden und auch da hilft, gerade in der Klinik, wenn wir es haben, die Sonografie nochmal. Also kurz auf die Kava schauen, kurz auf die Lunge schauen, ist die Lunge feucht, ist die Kava total weit oder kollabiert sie? Das sind alles keine ganz knallharten Punkte, aber im Zusammenhang mit dem gesamtklinischen Eindruck hilft uns die Sonografie. das wäre auch ein Grund, wo man draußen gerne mal scheiden würde, aber ja, wie gesagt. So Martin, dann haben wir ja noch eingangs gesagt, wir wollen so ein bisschen spezifische Therapie auch noch ansprechen. Da gibt es ja auch noch so ein paar Methoden, die man machen kann. Das fängt ganz locker an bei der respiratorischen Optimierung, indem man einfach Plora-Punktionen machen kann, wenn da relevante Plora-Güsse sind. Das hängt ja manchmal mit der Herzensuffizienz auch zusammen und entlastet den Patienten natürlich. Und dann gibt es noch eine ganze Menge Apparatmedizin, die man machen kann. Das heißt, ein sehr, sehr schlecht pumpendes Herz, das kann ich natürlich mit extrakorporalen Verfahren unterstützen. Da gibt es verschiedene Verfahren, Impeller-Gaps, Echmo-Gaps, darauf wollen wir jetzt gar nicht so sehr eingehen. Wenn der Patient voller Volumen ist, dann kann ich natürlich auch mit der Dialyse das Volumen aus dem Patienten rausholen. Und da wollte ich noch mal ganz kurz einhaken. Jetzt haben wir vorhin gesagt, Furose mit, nur wenn er wirklich Volumen überladen ist. Wie kann man das irgendwie rausfinden, indem man den Patienten fragt, haben sie in letzter Zeit Gewicht zugenommen? Denn Gewichtszunahme, das ist üblicherweise bei so Patienten, gerade wenn es sehr schnell zu oder abgenommen hat, Flüssigkeit. Und wenn der Patient jetzt sagt, letzte Woche hat er 80 Kilo gewogen, jetzt wiegt er 88, dann wissen wir, der Patient, der wird sicherlich auch im Verlauf zumindest Furose mit brauchen. Okay. Philipp, das war jetzt so ein Überblick. Sollen wir es noch mal kurz zusammenfassen, was wir so machen? Ja. Puh, eine ganze Menge. Also, wir haben gesagt, die Therapie, das ist ja ganz wichtig, von der Herzenssuffizienz ist nicht, die Grundtherapie, nicht Furose mit und Opiat, sondern Nefonitro. Daran denken. Nitro, Klammer auf, bei Normo- und hypertensiven Patienten. die Spezialtherapie beim Schockpatienten geht in Richtung Karticholamin-Therapie, die sind super krank. Schnell in die Klinik und schnell Kausaltherapie. Und auch eine Klinik, die das kann. Also da ist wirklich ein Zentrum wichtig. Da geht es dann Richtung ECMO, Herz-Lungen-Maschine, Herz-Operation und so weiter und so fort. Zumindest Kapazitäten dafür sollten da sein. Da hilft nicht das kleine Peripherik. Nicht in dem Augenblick auch die Idee kommt, mal Medikamente ausprobieren, die man vorher noch nie verwendet hat. Sondern vorsichtig. Okay, also. Das war es jetzt zum Thema Therapie von der Herzinsuffizienz. Sowohl ein bisschen präklinisch als auch innerklinisch. Philipp, ich würde sagen, im dritten Teil kümmern wir uns so ein bisschen um die Diagnostik, die vor allem in der Notaufnahme wichtig ist. Aber ein paar Sachen sollte man auch in der Präklinik machen, wenn man Patienten mit Herzinsuffizienz und oder Lungen-Ideen hat. Ja, wunderbar. Dann freuen wir uns auf den dritten Teil. Und auf eure Fragen und Kommentare bitte gerne, jederzeit. Und ich habe lange nicht mehr gesagt, teilen und liken. Oh yes. Bis bald. Ciao. Bis bald. 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 Untertitelung des ZDF, 2020